Hallo liebe Sternenbürger, hier ist wieder eure Einarrest mit einem etwas anderen Tutorial. Ich hatte es schon bei verschiedenen Gelegenheiten versprochen und nun endlich die Zeit gefunden ein Video zu meiner Hotas Belegung in Star Citizen zu machen. Da ich in diesem Video nur meine Belegung erklären möchte, schaut euch doch meine Review und mein Fazit zum Modern Combat Grip den T-Rooter Pedals von VKB oder dem T50CM Schubregler von Virple an, wenn ihr eine detaillierte Übersicht und meine Meinung zu den Geräten haben wollt. Fangen wir mit der Belegung des Joysticks an. Die Hauptachsen sind vor-zurück Pitch eingestellt und links und rechts Yaw eingestellt. Den Bremshebel habe ich über die VKB DevConfig Software von einer Achse zu einem Schalter gemacht und die Space Break darauf gelegt. Auf den Pinky Schalter habe ich die Plus-Taste des Numeric Blocks gebunden. Beim Drücken der Taste kann ich so den In-Game Voice Chat benutzen. Da ich allerdings meist gleichzeitig im TeamSpeak bin, habe ich TeamSpeak so eingerichtet, dass sich beim Drücken der Plus-Taste das Mikrofon im TS3 mutet und beim Loslassen wieder anschaltet. Mit der Daumentaste an der Seite schalte ich Raketen auf. Ich habe es allerdings vom Abfeuern getrennt, da man so mehrere Raketen aufschalten kann und dann beim Auslösen gleich mehrere abfeuern kann. Die beiden Heads sind bei VKB-Achsen. Am linken Head strafe ich nach oben und unten. Über die Software habe ich die Achse links-rechts jeweils als Button definiert. Links aktiviert den Bergbaumodus, Rechtswechsel zwischen Bohr- und Sammellaser. Mit einem Druck auf den Head lösche ich mein aktuelles Ziel in der Zielaufschaltung. Den Zwei-Wege-Schalter in der Mitte benutze ich, um die Scan-Reichweite einzustellen. Der graue Schalter rechts daneben ist, um den Scan-Modus zu aktivieren oder auszuschalten. Mit dem roten Schalter feuere ich meine Teuchkörper ab. Hier habe ich ein Makro programmiert, bei dem der gerade gewählte Teuchkörper abgefeuert wird, dann automatisch auf den anderen Teuchkörpertyp gewechselt wird und dann davon ebenfalls einer abgeworfen wird. Im Gefecht hat man eben nicht immer die Zeit vorher auszuwählen, welchen Teuchkörper man abfeuert. Mit dem oberen Head kann ich mich im Copit umblicken und in der Außenperspektive meinen Blickwinkel ändern. Mit einem Druck auf den Head kann ich im Copit meine Sicht wieder zentrieren. Der letzte Button auf dem oberen Quadranten ist mit dem aktiven Scan belegt. Hiermit kann ich Schiffe identifizieren und beim Bergbau Steine analysieren, ohne in den Bergbaumodus wechseln zu müssen. Mit dem seitlichen Zweiwegeschalter habe ich die Möglichkeit, die Art der Teuchkörper vor- und zurückzuschalten, was allerdings redundant ist zu meinem roten Knopf. Sobald man allerdings wieder den Raketentyp wechseln kann, werde ich das darauf legen, also den Raketentyp vor- und zurückschalten. In der Zweitfunktion habe ich hier den Zoom in der Außenperspektive belegt. Mit dem Sicherheitshebel, den man nach oben kippen kann, feuere ich meine Raketen ab, wenn sie aufgeschaltet sind. Der Hauptabzug beim VKB Modern Combat Grip ist ein Zwei-Stufen-Schalter. Mit der ersten Stufe feuere ich die Hauptgeschütze, sende einen Scan-Ping oder starte den Bergbaulaser. Wenn ich ihn ganz durchziehe auf die zweite Stufe, feuere ich damit die zweite Waffengruppe ab. Das war dann auch schon alles am Joystick, euch ist sicher aufgefallen, dass das Rollen in der Belegung fehlt, das mache ich über die WKB Ruderpedale. Kommen wir zum Schubregler. Hier nutze ich den Wörpel Mongoose T50CM in der dritten Revision. Ich hatte mich für dieses Gerät entschieden, da der Schubregler an sich nicht linear geschoben wird und somit mehr Platz hat für viele Schalter und Achsen. Die POTIS A1 und A2 mit Mittelstellung benutze ich derzeit gar nicht für Star Citizen. Auch die Rotary Encoder E1 bis E3 mit ihren jeweils drei Schaltern nutze ich derzeit nicht in DCS habe ich da zum Beispiel die Funksteuerung drauf. Hier fehlt einfach noch eine sinnvolle Funktion von Star Citizen, da müssen wir mal abwarten, vielleicht ändert sich das ja noch in der Zukunft. Über den Modi-Schalter wechsle ich bei Star Citizen lediglich die Hintergrundbeleuchtung, passend zum Schiff natürlich. Dieser Schalter macht in DCS deutlich mehr Sinn, aber das wäre ein Thema für ein anderes Video. Mit dem roten Button löse ich den Schleudersitz aus. Der hat so eine Gummilippe drumherum, da kommt man nicht versehentlich dran, das ist ziemlich genial gelöst. Mit den momentanen Kippschaltern steuere ich einige der Schiffsfunktionen. T4 öffnet und schließt die Schiffstüre, je nachdem ob ich ihn nach oben oder unten drücke. T5 sperrt und entsperrt selbige und T6 nach oben schaltet die Scheinwerfer ein. T6 nach unten geschaltet hat noch keine Funktion, da suche ich derzeit noch. Kommen wir zu den Schaltern B1 bis B8. Hier habe ich vor allen Dingen die Schiffssysteme draufgebunden. B1 macht das Schiff flightready. B2 schaltet den Antrieb an und aus, B3 die Waffensysteme an und aus, B4 die Schilder ein und aus und B5 die Energie ein und aus. Mit B6 öffnet ich die StarMap und mit B7 das Commenü im Mobiglas. B8 ist dagegen noch unbelegt. T1, der Schalter mit der Schutzkappe, ist, wie sollte es auch anders sein, mit der Selbstzerstörung belegt. T2 und T3 sind rastende Schalter, die ich bisher nicht nutze in Star Citizen, da ich bisher hier noch keine sinnvolle Aktion hierfür gefunden habe. Die Hauptachse des Schubreglers benutze ich natürlich, um den Schub einzustellen. Allerdings nicht absolut von 0 bis 100, sondern relativ zur voreingestellten Maximalgeschwindigkeit, die ich mit dem Speedlimiter einstelle. Ich finde es so deutlich angenehmer und vor allen Dingen präziser. Auch die Zusatzachse ist eigentlich eine logische Belegung, denn ich benutze sie, um den Bergbaulaser damit zu regeln. Kommen wir zur seitlichen Anordnung am Schubregler selbst. Auf dem hinteren Button habe ich die Waffenmodi belegt und kann damit durchwechseln zwischen Gimbal, Fixed und Gimbal Assist. Mit dem Head, den ich als Daumenablage benutze, steuere ich den Speedlimiter. Mit der Schubachse gebe ich dann, wie eben erwähnt, im eingestellten Bereich von 0 bis 100 Schub. Mit einem Druck nach vorne oder hinten schalte ich zwischen den Subtargets meines derzeitigen Ziels um und kann so einzelne Systeme von meinen Gegnern anvisieren. Drücke ich auf den Head, schalte ich den Cruise-Mode ein oder aus. Der vordere Head hat an der Seite zusätzlich ein Drehrad, das mit Tastern arbeitet, also entspricht jede Raste einem Knopfdruck. Hier habe ich allerdings bisher noch keine Verwendung in Star Citizen für gefunden. Der Head selbst regelt nach oben und unten bei mir die Schubkraft der Triebwerke. Ein Feature, das ich eher selten brauche, aber nice to have, wie ich finde. Wenn ich den Head nach vorn drücke, schalte ich damit die Kameraperspektiven durch und gelange so schnell in die Außenperspektive, um größere Schiffe punktgenau landen zu können. Nach hinten gedrückt bekomme ich, solange ich die Taste halte, den Blick nach hinten, also der Rückspiegel sozusagen. Mit einem Druck auf den Head kann ich meine Geschwindigkeit der des Ziels anpassen, allerdings funktioniert das Feature derzeit in Star Citizen nicht. Der untere Head an der Seite ist mit meiner Schildverteilung belegt. Mit einer Bewegung in die entsprechende Richtung verstärke ich die Schilde an der jeweiligen Seite. Die Push-Funktion des Heads nutze ich, um die Schilde wieder gleichmäßig zu verteilen. Der vordere Schalter ist mit dem Antriebsboost belegt. Kommen wir nun abschließend noch zur Vorderseite des Schubreglers. Während ich das Strafing nach oben und unten auf dem linken Head am Joystick belegt habe, finden sich vorwärts, rückwärts, links und rechts auf dem Mini-Stick des Schubreglers. Der hat eine wirklich gute Auflösung und das Schiff lässt sich so sehr präzise steuern, was bei bestimmten Manövern und dem Landen wirklich sehr angenehm ist. Der Head daneben ist mit der Zielerfassung belegt. Rauf und runter schalte die feindlichen Ziele durch, während links und rechts die freundlichen Ziele durchschaltet. Mit einem Druck auf den Head schalte ich den am nächstgelegenen Feind auf. Der Slider vorne am Schubregler verfügt über eine Mittelstellung, ist derzeit bei mir allerdings nicht belegt. Ursprünglich hatte ich hier mal den Speedlimiter belegt, aber man kommt schnell mal ungewollt an den Regler und schon verstellt sich der Geschwindigkeitsbereich. Das war wie gesagt nicht so toll, deshalb habe ich das wieder rückgängig gemacht. Der Zweiwegeschalter ist wie folgt belegt. Nach unten aktiviert sich das Quantum-Overlay. Gedrückt gehalten startet der Quantenantrieb. Nach oben gedrückt fährt sich das Landewerk aus oder ein. Hält man den Head nach oben gezogen, aktiviert sich die automatische Landung. Mit einem Druck auf den Zweiwegeschalter kann ich die Triebwerke in den VTOL-Modus bringen, wenn denn verfügbar. Der Schalter, der sich mit dem kleinen Finger erreichen lässt, ist bei mir mit dem Decouple-Modus belegt. An der Seite des Schubreglers ist es noch möglich, einen Zweiwegeschalter einzubauen. Dabei liegt dem Schubregler jeweils einer mit Momentanen und einer mit Rastner-Schaltung bei. Da diese aber so weit ab von der normalen Handposition sind, nutze ich diese im Moment gar nicht und habe sie dementsprechend auch nicht eingebaut. Ein Tutorial, wie man den Schalter einbaut, habe ich ja mal gedreht. Das findet ihr in den Reviews. Das war dann auch schon meine gesamte Belegung für Star Citizen. Ihr seht schon, dass man auf den Geräten von VKB und Virpl unheimlich viele Möglichkeiten hat und hier vor allen Dingen alles Wichtige einfach unterbringen kann. Es benötigt einige Testerei, um herauszufinden, wo was am besten hingelegt wird, um die Funktionen einfach zu bedienen. Nach einiger Zeit springt dann das Muskelgedächtnis ein und man macht die Dinge eigentlich nur noch automatisch. Auch wenn es bei mir immer mal kleinere Anpassungen gibt, ist das so ziemlich die finale Version für Star Citizen. Zumindest so lange, bis CIG Änderungen vornimmt oder ein neuer Beruf in Zukunft, der von einem Schiff ausgeführt werden kann. Hier wäre zum Beispiel ein Schneidleser für die Bergung, Traktorbeams oder die Steuerung von Drohnen. Aber ich bin mir sicher, hier kann man wie beim Bergbau einiges doppelt belegen. Ich hoffe, mit diesem Video konnte ich euch einen Einblick geben, wie man die Geräte einrichten kann. Wenn ihr Fragen habt, zögert nicht in die Kommentare zu schreiben. Und wenn euch das Video gefallen hat, lasst ein Like da. Wenn euch meine Inhalte gefallen, denkt mal über ein Abo nach für meinen Kanal. Und klickt auf die Glocke, damit ihr bei neuen Videos immer benachrichtigt werdet. Danke fürs Zuschauen und macht's gut. Bis zum nächsten Video. Bis zum nächsten Mal.